Alter, guckt euch dieses fette Teil an. Das ist was she said. Okay, nein, das passt auch nicht. Das ist was she said. Nein. Kommen wir nicht drauf? Alter, wenn ich jetzt wieder... Nein! Ich war drauf und bin weggerutscht! Hasta la malaykum, muchachos! Es ist wieder Zeit für GTA Custom-Maps und zwar haben wir heute einen Panto-Little-Troll-Zocker-Zusammen mit Mabossa! Hallelu! Pau, Pau, was geht? Sieh, guck mal, das Swag-Machine. Ich muss meinen Panto auch noch mal umlackieren. Swag-Machine! Der sieht etwas langweilig aus. Der Diner, aber der Diner ist schon seit immer so langweilig. Hier hab ich hier die miese Swag-Machine im Spiel. Swag-Machine! So, Little-Troll, wo müssen wir... Auf jeden Fall da dann, oder? Können wir da durch? Ich dachte, ich war vielleicht da hoch. Warte mal, was ist hier hinten? Ich will hier hinten langfahren. Leuch ist unsichtbar. Also... ...flecht gebaut unsichtbar. Flecht gebaut unsichtbar? Leuch ist doch bald. Hier ist auch ne unsichtbare Wand. Hier ist auch ne unsichtbare Wand. Hier ist auch ne unsichtbare Wand. Digga, da kommt man nicht weiter. Digga, du bist keine unsichtbare Wand. Du bist nicht mal ne Feder oder sowas, Alter. Unsichtbare Wand, ey. Ne. Okay. Okay. Nein! Roboter! Roboter! Ich komm hier... Ich komm hier Eis grad nicht mehr hoch, ne? Lol! GG, Alter. Oh! 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 Alter Belly! Äh... Ich komm hier lang... Oh, meine Reifen ist so im Arsch. Ich hab dir auch... ...2 oder 3 zerschlossen, glaub ich. Also bisher ist noch nichts komplett kaputt. Ich fahr noch nicht auf der Felge. Oh! Nein! Oh, Mann! Please! Oh, die ganze Scheiße noch mal! Oh! Hast du sowas von verdient, Alter? Digga! Ich könnte dich nur nicht richtig lenken. So... Oh... Daddy kommt jetzt! Der darfst du nicht schaffen. Ich schaff das 1st Try. Und dann hast du auch noch Annäherungswien. Ba! Ba! Was für ein Lappen! Du hast es gestartet. Aber nicht Annäherungswien. Das ist richtig, richtige OB Action, Alter. Die Stelle war auch richtig assi... Richtige OB-Action. Richtige OB-Action? Der ist gar nicht so schlecht. Wie komme ich denn hier jetzt rüber, Alter? Hä? Hä? Wieso soll das denn gehen? Oh, Hauptsache... Es ist noch ein Punkt, danach kommt das Ziel. Du deinen Ernst? Ja, aber das Ziel ist noch ein bisschen weiter weg. Hä, wie soll man denn da rüber kommen, Alter? Ich versteh noch nicht so ganz. Nein! Ich hab die Eisgatt schon wieder verkacken, wenn ich so schnell war. Hä, wieso... Ah! Aber wo hängst du denn hier fest? Ja, wie kannst du denn verkacken, Alter? Hauptsache, du musst nicht mal vorwärts fahren, um da runter zu springen. Also, einmal zerschießen wir die Reifen, deswegen hab ich verkackt. Zweites Mal Annäherungsminen. Und jetzt hab ich das erste Mal so verkackt und er rastet direkt aus. Hallo, das erste Mal hast du selber Schuld gehabt mit den Reifen, weil du angefangen hast, die Reifen zu zerschießen. Das zweite Mal hast du auch selber Schuld gehabt, weil das meine Rache war. Du hast angefangen! Du hast angefangen! Was? Was? Dass immer wenn Marvin... Ja! Du hast angefangen, du hättest ja nicht so kindisch. Dicke, du hast angefangen! Ey, was ist... Du kommst da nicht hoch, Alter! Easy komm ich da hoch. Geht nicht. Warte. Hier meinst du? Ja. So kommst du da eh nicht hoch. Du musst mit Schwung dagegen fahren. Okay. Aber dann fährt man halt nur genauso. Hä? Das geht hundertprozentig. Ich mach das jetzt. Halt mein Bier. Ich bin schon beim achten oder neunten Try oder so. So. Oh. Ich würd sagen das war ein geiler Try. Ich bin schon ein paar mal dagegen gefahren und so leicht hochgesprungen und schisselt und war mit der Hälfte vom Auto drauf. Ja du bist auch nicht Pro-Bosser man. Pro-Bosser. Also bei mir sah es eindeutig besser aus. Ich glaube nicht. Allein weil meine Swag-Machine schon sieht geil aus. So und jetzt. Richtig hier so drauf. Scheiße. Ey. Ne. Ne. Was ist das denn für ne Scheiße Alter. Und ich hab ja schon geguckt ob es irgendwie unter dem Scheiß noch den anderen Weg gibt. Aber. Digga. Ne das da hinten. Weißt du der ist ne unsichtbare Straße hingebaut oder sowas. Stimmt kann. Warte mal. Werden wir ja sehen. Warte mal. Hier auf jeden Fall nicht. Ey das kann doch. Was ist das für ne Kacke hier Alter. So ein bisschen noch gegen fahren. Nicht vielleicht ganz viel. Und jetzt 5-8 Technik. Oh. Oh. Lol. Ich glaube 5-8 Technik. Könnte das erste Mal mit dem Auto funktionieren. Es muss irgendeinen Trick. Ich bin mir fast sicher dass es noch irgendeinen anderen Weg gibt. Warte mal ist hier hinten ne Street. Aber es kommt ja auch von nirgendwo anders irgendwas an. Ne. Ich hab grad schon überlegt vielleicht von oben. Aber waren oben Speeds. Alter dann wäre hier unten aber kein Hornpunkt oder. Ach stimmt. Schubst mich hier mal rüber. Wobei hier ein Schild ist das nach hinten zeigt. Das ist hier ein Schild das da rüber zeigt. Echt? Ja das Schild das zeigt mit dem Pfeil nach da. Hä? Okay Dego das war schon mal. Wrong. Wrong. Hier vielleicht lang? Nein ich glaube nicht. Ich hab auch echt gar keine Ahnung. Ich mach jetzt einfach nochmal Hardcore Full Speed. Richtig Hardcore Full Speed. Komm YOLO. Dego ich schubse hier rüber. Ich hab einfach wieder runterrutscht alter. Ey das kann doch das ist. Was zum Kreuzagertner alter. Das muss und danach kommt ja nicht mehr der Punkt. Das heißt wenn du es einmal random mäßig rüber schaust. Ja aber der nächste Schüssel ist ja einfach. Hä das kann. Oder warte mal rückwärts. Gibt es vielleicht Panto Action rückwärts? Ey das kann doch nicht wahr sein. Man kommt nur so mit der Hälfte von der Karre drauf. Oh no 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 no. LOL. LOL. Ey. Ich hab es ja rausgefunden. Und du schuss nicht runter. Please Dego. Ist der echt runtergefunden? Was? Nein 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 nein. Nein nein nein. LOL. Was danach kommt ist ja einfach. Ja echt. So. Also. Das geht auf mein Konto. Du musst es weiter so versuchen. Aber das ist krass dass es das ausmacht ne. Ob man vorwärts oder. Das ist krass dass es das ausmacht ne. Das ist krass dass es das ausmacht. Ob man vorwärts oder rückwärts fährt. Aha. Oh nein warum. Shit. Warum fahr ich gar nicht einfach. Du warst genauso wie ich. Du hast auch keinen Bock dich andersrum zu drehen ne. Ich hatte gar keinen Bock. Echt. 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 Jetzt machen wir rückwärts. Ja. Oder wollen wir es versuchen. Ne. Scheiße. Nein. Wir machen das nicht so. So. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Hauptsache. Ein. Die eine Seite von den Reifen ist ganz leicht runter. Und das Ding kippt sofort oben und fällt runter. So rückwärts. Baby. Wenn das nicht meine Swag Machine wäre ne. Dann wäre der Panto die größte Scheißkarre. Ey das kann doch nicht wahr sein. Ich bin durch. Ich baller. Ey ey. Ich baller da rüber und flieg jedes Mal runter. Hier muss er doch. Wenn du anfängst mir die Reifen zu schießen ne. Dann fick ich sowas von einem Arschloch. Ey. Und jetzt kommt er einfach nicht mal rüber. So einfach hier runter. Warum sollte man denn noch da rüber. Hä. Warte mal. Warte mal. Man kann da noch runter fahren. Ich will nochmal nach unten fahren. Oh. Oh. Na ja. Dass man da unten fahren kann. Das sehe ich auch. Aber ich weiß nicht genau. Aber. Hä. Also man kann auf jeden Fall. von da unten den Punkt holen. Ach so. Ne. Das wäre ein Troll. Wenn du nämlich in die Bremsen reinfährst. Dann landest du unten. Und dann kommst du nicht weiter. Hä doch klar. Nein. Wenn du unten. Wenn du unten. Wenn du das Teil ganz hoch fährst. Dann bist du den Punkt aufrein. Ja. Kannst du ja mal versuchen. Ich versuch das jetzt. What the heck. Leute. Ey. Tico. Ey. Die Pando ist so scheiße. Alter. Nein. Komm ich hier. Nein. Ey. Aber Memo an uns. Du kommst richtig geil Sachen hoch. Wenn du rückwärts fährst. Auf dem Pando. Also haben wir wieder was rausgefunden. Nein. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Karre. Alter. Egal wie ich da rüber fahre. Er rollt ständig auf dem Rücken. So weiter. Dass er runterfällt. In der Seite. Und ich hab schon nur 2 Meter Anschwung. Oder so. Ist ja nicht so. Dass ich mit 300 kmh dagegen baller. Ey. Also ich find's irgendwie geil. Und jetzt komm ich nicht mal rüber. Weißt du. Wenn ich noch langsamer fahre. Komm ich nicht mal rüber. Also ich muss dir sagen. So schwer war das nun auch nicht. Es ist ja auch nicht schwer. Ja. Aber mein Panto kugelt sich dann auch immer runter. So. Bist du schon beim Ziel oder was? Dinko. Du schaffst es jetzt. So. Ich fahr. Ich fahr jetzt. Vorwärts runter. Ich hoffe dann überschlage ich mich nicht so. Dass ich auf dem Rücken da unten ankomme. Sofort. Ey. Ich kann vorwärts nicht mehr da hochfahren. Du schaffst das. Du schaffst das. Komm on. Bin ich mal gespannt. Das Ding ist jetzt explodiert schon wieder. Ja. Und? Kriegst du den Punkt? Ja doch. Wenn ich jetzt hier unten ging. Im Tag nicht die Punkt. Alter. Punkt eingesammelt. Ah. Richtiger Muschikram. Ob. Richtiger Muschikram. Aber wir wissen jetzt. Muchachos. Wenn man mit dem Panto rückwärts fährt. Dann kommt man easy peasy irgendwelchen Hindernissen. Nein. Scheiße. Die Runde hat nicht geklappt. Muchachos wird uns gleich wieder. Da sind wir wieder Muchachos. Nachdem wir gerade einen lahmen Panto Parcours hatten. Also nicht lahm an sich. Haben wir jetzt einen richtig frischen Rocket Voltic Parcours. High Speed. In Deko sein Gesicht. Er hat mit dem Panto durch die Gegend gekrochen. Und jetzt wird mit dem Rocket Voltic hier richtig ins Gesicht gestrudelt. Scheiße. Oh man. Oh man. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das so? Warte mal. Ich werde mich krass aufrichten hier. Oh fuck. Ah. Ich nehme es hier gerade zu locker. Zu locker. Oh. Was mache ich hier? Okay. Haben wir. Zurück. Zurück. Hallo. Er fährt aber nicht mehr. Oh. 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 Wow. Chia. Chichau. Wow. Wie genau geht das da? Oh. Bin ich drauf? Huh. Wuhuuu. Alter. Das sah aber mit Pont aus. Wenn du jetzt noch irgendwie weiterkommst da? Ja. Hab ich. Bin... Bin vor dir. Das sah Freyschen aus. Deko, klein mal gegen irgendeinen. Hier kommt der Deko, Mann. Klein mal gegen irgendeinen. Na, okay. Hast du schon gesehen. Gegen irgendeinen Fußball. Hä? Da hab ich eine Annehmungsmitte dran gehauen an so einem Fußball. Wollte, dass du dagegen bist. Ui! Nein! Die hat nicht explodiert. Nice. Ja. Aber dein erster Platz ist weg. Erster Platz. Knubi, knubi, knapp, knapp. Wah. Scheiße am Labern, Alter. Das ist echt so. Hui. Also bisher ist ein Parkour. Aber auf echt einen ziemlich einfachen. Wow, da kann man richtig durchspeeden. Alter. Wait, wait, wait. Spiral ziehen. Yay. Come on. Never. Digga, wie lange ist das Ding? Jetzt mal schießen. Der wird not better. Alter, okay, da ist der Punkt. Ich dachte, wir müssen so irgendwie Rausspringen oder so eine Schisseln. Come on. Wieso holst du eigentlich auf, wenn ich die ganze Zeit Spiralen ziehe? Ich war auch Spiralen, aber wahrscheinlich nicht einfach ein bisschen enger. Wow. Hey, ich war perfekt gerichtet, bis du mich gerammt hast, du Lappen, Alter. Und jetzt hat Mavi verkehlt. Ich hab mich gerettet. Ein Haarschnitt ist gerichtet, Alter. Apropos Haarschnitt. Ich war richtig geil ausgerichtet, um noch weiter zu fahren. Dann rammst du gegen mich und ich werde erst mal richtig durch die Gegend. Deko, apropos Haarschnitt, was fällt dir da zu ein? Was? Apropos Haarschnitt, was fällt dir da ein? Zu Haarschnitt? Apropos Haarschnitt! Hast du gerade gesagt, apropos Haarschnitt? Ja, Haarschnitt. Deko schaffst du dich. Leute, das ist auch nicht. Oder? Leute, ein Meter. Ein Meter, apropos Haarschnitt. Deko, Smart war letztens da. Alter, der hat Ryan. Richtig schlecht. Alter, ich kann mich nicht... Digger, ich rutsche dir auf den Rücken die Scheiße runter. Dekos, Smart war letztens da und hat gesagt, schau dir mal den lieben Mavi an. Der hat so eine freshe Frisur, Deko. Mach doch auch mal sowas. Das sieht viel geiler aus als dein Kopf. Das war so schön, das zu hören. Aber leider kann ich das nicht, weil... Du hast bessere Haare dafür. Meine Haare sind zu dünn. So, ich schaffe es. Ich schaffe das, Deko. Hä, ich schaffe es schon wieder nicht. Und? Ey, komm jetzt aber, oder? Hä, was mache ich denn falsch, Alter? Ich bin ganz normal rausgesprungen, habe mich perfekt hingeschmissen. Perfekten Winkel, wie man das damals im Sportunterricht mit dem Sperrunterricht kennengelernt hat. Alter, das kann doch nicht. 60 Grad oder was das war. Ich rutsche schon wieder die Scheiße hier auf den Rücken runter, Alter. Deko, du musst einfach ein Mega-Pro sein. Ein Mega-Pro. Einfach aufhören, Scheiße zu lernen. Bau, 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 Bau. Digger! Digger, ich weiß nicht, ob ich die Scheiße nicht schaffe. Ja, weil du nicht Pro-Bosser bist, deswegen. Du so schön den Vorsprung erarbeitet und dann... Ja, aber... Hey, ich hab jetzt sogar in der Luft im Flug die Rakete gezöhnt. Ich schaff's trotzdem nicht. Soll ich das eben machen? Digger! Soll ich uns rüberkommen, dir das machen? Wenn's rüberkommen, wir ihn runterholen. Das können wir nach der Aufnahme machen. Aber soll ich dir jetzt erstmal den Punkt ergaunern? Nein, du kannst mir während ich das mache ihn runterholen. Unter dem Tisch. Dann sieht das keiner. Oh Mann, ey. Dieser... Dieser Gesprächsstoff ist doch wieder hier eins da. Hallo? Ey, jetzt! Ey, ich hab mich... Ich bin hier immer noch an der Spirale. 100 Jahre nach oben. Speederm! Ich bin die Scheiße runtergefahren und kurz bevor das... bevor der Ausgang kam, hab ich mich einfach beim Spiralendrehen überdreht. Alter, wie langiert das denn nach oben? Die längste Spirale, ey. Auf jeden Fall. Loll! Ja, ja doch. Alter, guckt euch dieses fette Teil an. That's what she said. Okay, nein, das passt auch nicht. That's what she said. Oh? Nein! Oh? Kommen wir nicht drauf? Alter, wenn ich jetzt schriele... Doch, oder? Ja. Nein! Ich war drauf und bin weggerutscht! Alter! Digga, wir hätten's auch mal gefressen. Ey, ich war jetzt dran und drücke schon Respawn, ey. Manchmal denke ich auch... Alter. Das denke ich mir, wenn ich beim Spiralenziehen die ich überdrehe. Oh, Mann. Ich war... Ich war drauf! Nein! Ey, diesmal spart ich mir ein Spiel, ey. Aber sowas von... Fick dich! Ey! Deko, ich glaube, du musst dir auch mal wieder deinen Arschlauch interessieren. Irgendwas stimmt damit nicht. Ey, ganz im Ernst, Mann. Ich hab einfach... Du hast es immer noch nicht! Doch! Aber ich bin jetzt hier bei dem weißen Kack. So, ja. Was ist da dein Problem, ey? Da bin ich drüber geflogen. So, hier jetzt schön. Hier springen wir jetzt ab. Hallo? Ja! Muss ich hier noch was machen? Komm ich hier? Nee, okay. Komm ich jetzt drüber. Ja, und jetzt? Puh! Alter! Was für ein Film. Ey, bist du in der komischen Röhre mit diesem Sprung, weil ich perfekt drin hatte? Gar kein Problem mit Voltic-Schüssel. Da kommt einmal so eine Kacke. Fresh Medic! Boah! So, jetzt wieder auf eine Spirale. Was? Alter, das... Schau doch diese Spirale an. Ich kann nicht mehr so weit hochschauen, so hoch geht die. Nein, hier war doch wieder gar nichts. Man kriegt nicht mal alles drauf. Mal sehen, ob ich hinten alles draufkriege. So. Oh! Ich kriege hinten nicht mehr alles drauf! Ich kriege gerade Stücke drinnen irgendwo. Loll! Ich habe die ganze Zeit Angst, die mit Raketenantriebos zu fahren, weil ich Angst habe, dass es irgendwo gerade wird. Bei dem Rosan. Bei der Rosa nicht mehr Rakete benutzen. Du brauchst die Rakete noch, um dich ein bisschen auszugleichen, würde ich sagen. What the heck? Das ist... Schon wieder! Ich kann den Fehler doch nicht zweimal machen. Ich mache den Fehler echt zweimal. Hallo? 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 Bist du das? Hallo? Okay, hier ist Lila. Pink, meine ich. Pink Schüssel ist hier. Heißes Pink, so wie mein Auto. Und ey, man sieht die Eiskalt von hier auch nicht. Das Ende. Doch, da hinten ist das Ende. Alter, heftigste Spirale. Heftigste, meftigste. Ah, okay. Ich dachte gerade, Alter, wo zum Fick muss ich jetzt hinspringen, Alter, aber ich habe es geschafft. So. Hä, du hast das nicht für ein Stryl geschafft? Ne, ich bin drauf gelandet und dann, keine Ahnung wie, ist er weggerutscht. Ungefähr 8 Kilometer Landebahn weggerutscht. Nein, ich habe ja meinen Speed nicht mehr gezündet. Ich habe den die ganze Zeit durchgezündet und hatte ihn dann nicht mehr, als ich weggesprungen bin. So. Da hinten sehen wir schon das Ziel. Come on, Speeden. Beschleunigung. Wuh, Doppel-Taction. Double Penetration im Dekos-Eingesicht. Ja, aufpassen hier. Nein. Und da hinten ist diesen Zieli. Für wann ist die? Das ist für Sonntag, ne? Oui, ja. Wir fahren heute aufs Oktoberfest, Muchachos. Also, mit heute meine ich Donnerstag. Das heißt, wenn ihr die Feuer guckt, waren wir schon auf dem Oktoberfest. Aber eigentlich, das Ding ist, ich finde es eigentlich so richtig, richtig useless, für 10 Euro Bier und schlechte Musik, nach Bayern zu fahren. Aber man muss Oktoberfest zumindest einmal gemacht haben, ne? Und, ciao, Deko. Alter, richtig mit Ansage. Richtig mit Ansage. Ey, da sind noch zwei weitere. Fahr links oder rechts am Rand. Dann kriegst du nichts ab. Und ich will, dass sie mich reinkickt. LOL, wie weit? Ich stand 20 Meter davor. Jetzt hatten wir wieder wieder drieben. Hat Deko uns geschaut? Shit! Er hat es! Er hat es! Angekommen. Muchachos! Richtig! Freshe Folge mal wieder. Wenn ihr es genauso gesehen habt, Daumen nach oben nicht vergessen. Und checkt natürlich auch ein bisschen Instagram, Instagram ab. Da werden wir heute, heute ist Freitag, noch ein wenig... Vielleicht seht ihr sogar Marvin mit uns. Heute ist Donnerstag. Ein wenig Oktoberfest-Schüssel-Post, ne? Also, Muchachos, bis zum nächsten Mal reingehauen. Bye, bye. 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 Bye.